Hallo und herzlich willkommen bei iConcept Phones, hier spricht Hasan Kaimak. Heute werden wir uns das Poco F3 genauer anschauen. Ich benutze seit etwa einer Woche lang das Poco F3. Jetzt kann ich euch endlich mehr über meine Erfahrungen erzählen. Fangen wir mal mit dem Display an. Das Poco F3 hat ein 10-Bit E4 AMOLED Display. Die Displayhelligkeit beträgt maximal 1300 Nits. Draußen unter der Sonne konnte ich das Display problemlos ablesen. Zudem werden die Farben, je nachdem wie man das einstellt, sehr lebendig dargestellt. Die Full HD Plus Auflösung reicht hier vollkommen aus. Beim normalen Gebrauch erkennt man keine Pixel. Zudem ist das Panel sehr gut beleuchtet. Man erkennt auch an der Dot Kamera keine Flecken oder Beleuchtungsfehler. Wenn man detailliert auf die Front Kamera guckt, sieht man dort einen silbernen Rahmen, das allerdings beim normalen Gebrauch nicht stört. Die 360-Hertz-Touch-Sempting-Rate kommt dem Poco F3 zugute. Die Touch-Eingabe ist sehr präzise und funktioniert einwandfrei. So macht die Gestensteuerung einfach nur Spaß. Zudem habe ich die automatische Displayhelligkeit an. Dank des zweiten Umgebungslichtsensors auf der Rückseite des Poco F3 funktioniert die automatische Displayhelligkeit problemlos. Ist das Display beispielsweise in einem bestimmten Raum zu dunkel oder zu hell, kann man dies einfach einstellen. Und das Poco F3 lernt dank des AI die eingestellte Displayhelligkeit. Außerdem habe ich die 120-Hertz-Display-Wiederholungsrate aktiviert. Das Poco F3 läuft mit dem 120-Hertz-Display und der leistungsstarken Snapdragon 870 sehr flüssig. Allerdings verbraucht es wesentlich mehr Strom. Somit kommen wir auf die Batterieleistung. Ich habe jeden Abend das Poco F3 aufgeladen, das Aufladen selbst geht ruck-zuck, da man mit 33 Watt auflädt. Der ganze Prozess dauert etwa 53 Minuten lang. Ich habe anfangs die Display-Wiederholungsrate auf 120 Hz eingestellt. Damit sehen die Animationen sehr flüssig aus, allerdings verbraucht das Poco F3 mehr Strom. Ich bin mit einer Aufladung auf eine Screen On Time von 3 Stunden gekommen. Aktiviert man jedoch die 60-Hertz-Wiederholungsrate, so kommt man auf 6-7 Stunden Screen On Time. Leider gibt es unter den Einstellungen nicht die Möglichkeit die Display-Wiederholungsrate adaptiv einzustellen. Mit 60-Hertz kann ich mir 6-7 Stunden lang Videos auf YouTube anschauen, auf Chrome, Instagram und TikTok surfen. Ein Toppel zum Wechseln der Bild-Wiederholungsrate wäre sehr praktisch gewesen. So könnte man einfach beim Spielen auf 120 Hz schnell umschalten. Die Hauptkamera des Poco F3 konnte mich überzeugen, ich habe damit ein cinematisches Kurzvideo aufgenommen. Das Resultat spricht für sich selbst, den Link zum Video findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die Auflösung eines Bildes beträgt 4000 x 3000 Pixeln. Der Autofokus funktioniert sehr gut, dank der Gesichtserkennung wird das Gesicht der Person im Bild erkannt und mit einem Viereck verfolgt. Die Bilder werden scharf und haben eine gute Farbwiedergabe. Man kann in der Hauptkamera App den 48 Megapixel Mode auswählen, um Bilder mit einer Auflösung von 6000 zu 8000 Pixeln aufzunehmen. Ich persönlich nehme keine 48 Megapixel Bilder auf. Poco hat ins F3 keine einfache Makrokamera eingebaut, sondern eine 5 Megapixel Telemakrokamera. Damit kann man großartige Makro Bilder machen. Die Auflösung der Makro Bilder beträgt 1944 x 2592 Pixeln. Die Schärfe und Farbwiedergabe im Freien sind gut. Die Telemakrokamera ist vor allem für das Fotografieren von defekten Bestellungen sehr nützlich. Hat man beispielsweise eine Kamera bestellt und ist an dem Gehäuse eine Beschädigung oder ein Kratzer, kann man diese ganz einfach mit der Telemakrokamera dokumentieren. Ich bezahle fast ausschließlich mit meinem Poco F3. Dazu habe ich mir die Google Pay App eingerichtet und meine N26 Kreditkarte hinzugefügt. Ich muss nur an der Kasse NFC einschalten und mein Poco F3 mit dem Fingerabdrucklaser entsperren und es an den Terminal halten. Schon ist der Einkauf einfach und schnell bezahlt. Ich bezahle ohne Probleme in Aldi, Lidl, Rewe, Frostmann und Action. Falls ihr Probleme mit der mobilen Bezahlung habt, geht einfach in den Einstellungen und dann zu NFC und wählt HCE Wallet. Auf dem Poco F3 funktioniert WiFi 6 problemlos. Ich verwende einen Redmi AX3 WiFi 6 Router. Die Verbindung ist sehr stabil und schnell. Auch mit dem Bluetooth 5.1 hatte ich bisher keine Probleme. Die Dateien werden schnell gesendet und empfangen. Zudem hatte ich bisher keine Verbindungsabbrüche mit meinen Bluetooth Kopfhörern. So kommen wir mal zum SIM Empfang. Ich wohne in einem Hochhaus und hatte beim Poco F2 Pro jedes Mal das Problem, dass ich keinen Empfang hatte. Es klingelte einfach nicht. Eine halbe Stunde oder gar eine Stunde später hatte ich dann endlich eine Anrufbenachrichtigung bekommen. Ich dachte anfangs, dass meine SIM Karte defekt sei. Trotz einer neuen SIM Karte hatte ich keinen bis sehr schlechten Empfang. Mit dem Poco F3 habe ich zum Glück dieses Problem nicht mehr. Ich bin wieder rund um die Uhr zu Hause erreichbar. Die 5G Performance kann ich zur Zeit noch nicht beurteilen, da Aldi Talk zur Zeit keine 5G Pakete anbietet. Sonst ist die Anrufqualität sehr gut. Man kann auch WiFi Anrufe oder WIP Anrufe in den Einstellungen aktivieren. Ich habe hier die 8 GB RAM und 256 GB Speicherversion. Mit dem Qualcomm Snapdragon 870 macht die Bedienung des Poco F3 einfach nur Spaß. Die Apps werden schnell geöffnet, das Wechseln zwischen mehreren Apps funktioniert tadellos. Die starke Performance macht sich auch beim Gaming bemerkbar. Ich habe COD Mobile gespielt, es hat kein einziges Mal geruckelt oder gehangen. Natürlich habe ich es in 120 Hertz gespielt. Das Poco F3 wurde gering warm, allerdings ist dies im Rahmen und hat mich beim Spielen überhaupt nicht gestört. Einige Zuschauer haben mich gefragt, ob es Performance Unterschiede zwischen der 6 GB und 8 GB RAM Version gibt. Beide Modelle verfügen über einen LPDDR5 RAM, das heißt sie können gleich schnell auf den RAM zugreifen. Hier sollte keine Geschwindigkeitseinbuße geben. Klar, wenn man beispielsweise die 6 GB RAM vollkriegt, kann man einen Performance Drop beobachten. Ich zweifle jedoch daran, dass man die 6 GB RAM vollkriegen kann. Ich habe den 8 GB Modell und davon wird nur 3 GB bei normalen Nutzung verwendet. Also bleiben mir 5 GB Rest RAM zur Verfügung. Das Poco F3 ist ein sehr schnelles Smartphone mit einem sehr guten Display Panel. Im Alltag habe ich keinen Ruckler bemerkt, die Apps werden sehr schnell geöffnet. Der 8 GB RAM reicht vollkommen aus, auch ist man mit dem 256 GB großen Speicher sehr gut ausgestattet. Der Akku reicht mir mindestens einen Tag aus, allerdings habe ich abends dann einen Restwert von 8-12%. Das 120 Hz Display ist spektakulär, allerdings hat man dann ungefähr 3 Stunden Screen On Time. Mit 60 Hz habe ich satte 3 Stunden mehr Freude am Telefon. Die Kamera ist gut und macht gute Bilder, auch die 4K Videos können sich sehen lassen. Die elektrische Bildstabilisierung funktioniert einwandfrei und leistet eine sehr gute Arbeit. Man kann das Video mit beispielsweise Davids Resolve bearbeiten und zusätzlich das Video stabilisieren. Dann hat man ein sehr gut stabilisiertes Video. Die Verarbeitung des Poco F3 ist sehr gut. Es gibt keine scharfen Kanten. Die Übergänge sind sauber verarbeitet. Auch ist der in den Power Button integrierte Fingerabdruckleser sehr zuverlässig und schnell. Im Display Fingerabdruckleser funktionieren nicht immer zuverlässig, allerdings funktioniert hier der Fingerabdruckleser in den Power Button des Poco F3 sehr zuverlässig. Ich kann euch den Poco F3 mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Man bekommt für rund 350 Euro ein leistungsstarkes Smartphone mit einem sehr guten Displaypanel und einem sehr schnellen Prozessor. Ein vergleichbar gutes Smartphone ist schwer zu finden. Was ist deine Meinung über den Poco F3? Hast du es schon gekauft und getestet? Kommentiere es unten und vergiss nicht auf Like zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.